Wer das Training zu Hause nur mit Liegestützen durchführt, der wird sicherlich nicht ganz so schnelle Ergebnisse sehen. Deshalb lohnt es sich zu Hause ein eigenes kleines Fitnessstudio einzurichten. Eine Multipresse ist dabei ein unverzichtbares Trainingsgerät, mit welchem sehr, sehr viele unterschiedliche Übungen möglich sind. So gerade auch die Multipresse von Maxus, die relativ bekannt ist, denn sie ist zu einem sehr günstigen Preis erhältlich und bietet dennoch eine Qualität, die sich letztendlich sehen lassen kann. Wir möchten einmal unsere Meinung dazu abgeben. Unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall vorbeischauen, wenn ihr euch das Ding zulegen wollt. Wir haben für euch einen Preisvergleich durchgeführt und nochmal den Preis herausgesucht, der am günstigsten ist zum Recherchezeitpunkt, sodass ihr möglicherweise da noch den einen oder anderen Euro sparen könnt und auch weitere Informationen für euch reingepackt. Es handelt sich um eine Multipresse, die eben sehr, sehr vielfältig einsetzbar ist. Hier lassen sich im Gegensatz zu eher unspannenden Trainingsgeräten für zu Hause, für den Mann, lässt sich mit dieser Multipresse tatsächlich so gut wie jede Körperpartie trainieren. Wie ist die Multipresse von Maxus? Also 140 x 222 x 219 cm ist also relativ klein. Die Handelsscheiben mit einem Lochdurchmesser von 50 bzw. 51 mm sind hier einsetzbar. Die Vielzahl an verschiedenen Trainingsübungen, die eben mit diesem günstigen Trainingsgerät durchführbar sind, finden die allermeisten Kunden sehr, sehr positiv in den diversen Testberichten sehr positiv auf, dass sich eben mit einem solch kompakten Gerät so viele unterschiedliche Übungen durchführen lassen. Im Prinzip auch alle, so wie man sie vom Fitnessstudio kennt. Das Gerät wird nach dem Auspacken ganz einfach selbst zusammengebaut. Das geht mit der Anleitung auch relativ fix. Und dann im Prinzip kann man sofort loslegen und es hat sich gezeigt, dass die Verarbeitung hier sehr solide ist. Natürlich kann man jetzt nicht erwarten, dass die Qualität eines solchen Gerätes in der Preisklasse mit der Qualität eines Profigerätes aus dem Fitnessstudio vergleichbar ist. Schließlich werden hier auch sehr viele, also hier wurde eben versucht, so viele Übungen wie möglich in einem Gerät zu kombinieren, sodass man dann auch auf sehr kompakten Raum zu Hause ein kleines Trainingsstudio sich aufbauen kann. Dies wurde hier sehr gut umgesetzt von Maxus, sodass es da im Prinzip nichts zu meckern gibt. Die Verarbeitung ist insgesamt sehr solide, zeigt kleinere Schwächen im Prinzip am Latzug. Auch ist keine Übungsanleitung mit dabei für die Übungen an sich. Das halten wir jetzt nicht unbedingt für einen großen Nachteil. Übungen kann man sich zuhauf im Internet nochmal herunterladen oder auch auf YouTube anschauen, wenn man denn das Gerät hat und nicht ganz sicher ist, wie die einzelnen Geräte dann in diesem Gesamtgerät genutzt werden. Aber alles in allem eine Multipresse, die doch sehr solide daherkommt, eine große Funktionsvielfalt bietet und nicht nur Sit-Ups ermöglicht, einen Latzug mitbringt, eine Klimmzugstange mitbringt, Bankdrücken ermöglicht, im Prinzip auch Kniebeugen ermöglicht. Und ganz viele unterschiedliche Übungen. Hier natürlich auch die Gewichtsablagen, sehr praktisch die Dip-Station und auch die geführte Langhantel hier mit dabei. Eine Duplex-Station, Beincurler, also alles in allem wirklich ein Gerät. Bankdrücken mit bis zu 300 Kilogramm hier mit maximaler Beladung auch ermöglicht. Auch hier eine Verarbeitung, die wirklich, was das Bankdrücken angeht, in Sachen Qualität den Geräten, die man so aus dem Fitnessstudio kennt, im Prinzip in nichts nahe steht. Also hier kein sehr großer Unterschied zu erkennen. Es lassen sich verschiedene Positionen auch sehr einfach einstellen. Das Ganze sehr stabil, wie man es von einer Kraftstation eben erwartet. und auch der Support bzw. die Garantie, die der Hersteller anbietet, dir nochmal zu loben, weshalb wir letztendlich das Ganze empfehlen können. Der Hersteller hat auch das Gerät auf 1000 Kilogramm geprüft, was die Stahlseile mit Nylonmantel angeht. Und ja, die Belastbarkeit insgesamt hier, so wie man sie bei einem kleinen Home-Fitnessstudio benötigt, auch die Ruderstation, bis zu 150 Kilogramm belastbar und beim Eigengewicht in Sachen 260 Kilogramm auch nochmal hier ein sehr, sehr sicherer Stand und eine gute Belastbarkeit. Weshalb wir hier eine Empfehlung aussprechen können, zu diesem Preis eine Top-Multipresse, das macht Maxus so gut wie kein Hersteller nach. Unten in der Videobeschreibung für euch nochmal der beste Preis und weitere Informationen.